moin moin meine lieben leute und willkommen hier auf meinem kanal zu einem neuen spiel call of the sea ein adventure für die xbox und ja der gute weihnachtsmann hat mir einfach mal eine xbox serius x hier hingestellt und deswegen probiere ich gleich mal aus den game pass habe ich sowieso den ultimate für pc und für xbox jetzt aber ich finde die xbox die hat schon was dies sehr stylisch muss ich sagen und einfach mein gott ist die leise also meine turbine eben meine ps4 pro na gut aber darum geht es nicht wir spielen das spiel mal ich bin gespannt ich darf wir fangen einfach mal an und guck mal wie es wird so wind bist du sicher ich habe schon mal angefangen aber um ehrlich zu sein nur weil ich darauf gedrückt habe also nicht wundern ich kenne mich da noch nicht so aus der sprache deutsch untertiteln immer untertitel mit für alle die die kein deutsch verstehen beziehungsweise vielleicht gleich lautlos sogar hören gibt ja auch einige die mögen meinen meine stimme nicht und hören sich das ganze lautlos an los geht's trink währenddessen cola oder beziehungsweise gießen wir noch eine cola ein ich mag ja diesen grafikstil vom spiel also das habe ich nicht so aus mir ja was 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 ist Was sind diese Sprüche? Ich kann meine entireen Leben hier sein. Oh, ich bin hier in meinen ganzen Leben. ich habe das spiel sogar exklusiv für xbox ich glaube nicht dass man das hier anders spielen kann aber verbessert mich wenn ich falsch liege das ganze natürlich läuft sehr flüssig natürlich aber ich meine ich ist jetzt auch nicht der grafisch auswählen die stimmen rufen mich was ist denn meine alte Musikbox, es ist kaputt ich muss fixen meine alte Musikbox, ich muss es holen ich muss es holen ich muss es holen ich muss es holen diese horrible dreams wieder ich habe sie regelmäßig seit meiner Mutter sterben und mir diese Musikbox in ihrer Wille Harry immer sagte, dass das alte Heirloom der Familie etwas zu tun mit meiner Familie eine verrückte Krankheit wenn die Doktorze nicht geben uns eine Antwort über deine Krankheit ich suche für eine selbst sagte du und in dieser Suche sieht man, du hast dir selbst ich glaube nicht, dass ich noch nie Entschuldigung, Madame aber die Isle ist in der Zeit wir werden die Böse in nur eine Minute oh, danke sehr, Kapitän Hodgson ich werde gleich raus auf dem Boot ok, wir sind auf dem Boot ok, wir sind auf dem Boot ok, dann wollen wir mal gucken hm, hier ist mein Bett ich sehe irgendwas auf dem Bett ah, kann ich angucken ich werde definitiv dieses Böse missen ich schaue in den Schiff zu schrauben war sehr lecker ok, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie unterwegs war aber es scheint ja schon länger gewesen zu sein oh, da ist noch nichts ich habe immer träumt, um zu reisen es war nicht das gleiche ohne dich, Harry ich habe immer träumt, um zu reisen es war nicht das gleiche ohne dich, Harry hm, ich denke, ich habe es überpackt ok, sieht mir schon aus wie Louis Vuitton das Logo, oder? oh, ich bin mir nicht so sicher ich kenne mich da leider nicht aus ich wollte einfach mal klug klingen was sowas angeht was ich dachte, als ich alle diese Dressen auf diese Reise gebracht habe ok ah, ein Zahlenschuss ah, hier ich habe ein mysteriöses Paket in meinem Haus bekommen ich habe alle ihre Produkte in meinem lockten Schuss ok, Noa Ever had Pepe die Idee ist das auf der Rückseite? nee, nichts auf der Rückseite delivered Paket, ok Handschuhe? die nehmen wir definitiv mit, ne? ah, dir doch ekelige Hände, ne? ich weiß nicht, was wir in das sind ah ich will nicht jemanden denken, dass ich ein Circus-Freak naja, du siehst doch schon echt eklig aus ah das Tagebuch da kommen wir mal rein ah, die fantastischen Erinnerungen von Nora Everhart Art Teacher ich glaube wir schauen uns mal das Tagebuch an mit Y Wichtige Informationen auf meiner außergewöhnlichen Reise nur, du darfst diese Zahl nicht vergessen 506 na gut dann haben wir ja schon mal den Code für den Links können wir blättern hier? äh, Abschnitte ah, ok Einträge endlich bin ich auf Tahiti angekommen es ist ziemlich schwierig, Informationen über Harrys Expedition zu erhalten ich bin bestimmt durchs ganze Papete gelaufen und hab mich nach ihnen erkundigt aber niemand scheint etwas zu wissen dieser Ort der 74 Meilen östlich von Tahiti liegt einige Einheimische haben zwar von einer Insel gesprochen aber mehr wollen sie nicht verraten mir kommt es fast so vor, als würden sie denken der Ort sei verflucht das wollen wir nicht hoffen ich habe einen englischen Seemann getroffen Kapitän Hodgson erkannte einige Besatzungsmitglieder der Lady Shannon einem Walfänger das Schiff hat anscheinend eine amerikanische Expedition zu einer Insel östlich von Tahiti gebracht Hodgson sagte aber dass er Monate her ist seit er die Lady Shannon oder ihre Besatzung zuletzt gesehen hat wie jeder gute Seemann ist der Kapitän arbeitläubig denken sie ich bin verrückt ich riskiere doch nicht das Leben meiner Besatzung indem ich zu dieser fluchten Insel segle sagte er ein paar Tage später nachdem ich Kapitän Hodgson drei Tage lang anflehte konnte ich ihn überzeugen mich in die Nähe der Insel zu bringen sparen sie sich ihr Geld Mrs. Erwart wenn sie mich in Frieden lassen ist das Bezahlung genug ich glaube dieser mürrische alte Säber hat ein gutes und liebenswürdiges Herz guck mal hier kann man auch zurück gehen noch was da alles noch vorher war es ist hier 44 nördische Meilen östlich ach guck mal da hat er da ist das Parkett schon gekommen ist ach hier können wir das ganze Tage durchlesen lesen uns jetzt aber nicht durch oder letzte Nacht hatte ich einen lebhaften Träumen diesmal war es anders ich sah eine seltsame Insel in der Ferne okay es folgt der Harry's Proof okay ah gut dann wissen wir ja schon mal mal rausgehen so was war die was war die 506 ne probieren wir gleich mal aus hier 6 und 5 war das ne das habe ich nicht vergessen doch oder perfekt dann machen wir mal auf was gibt es denn da so drin oh da eine Insel ich sah diese Insel in einem meiner unverletzenden Träumen ich sah sie so schnell wie ich wach das ist auch nichts drauf ok was ist das dieses strange und scharpe Relic kam in das Paket das habe ich zu Hause bekommen ok kann ich mir anfangen und das bestimmt mein Mann Harry Everhart mein husband mein Partner und mein liebster Freund ich finde ihn ja ok ein Brass-Key mit einem CW auf dem und einige enigmatische instruktionen die den hat sie vorher nicht entdeckt oder drehen ja will sie mich gerade dann nehmen wir den nochmal gut Schlüssel haben wir können wir noch mehr machen also wenn ihr Lust habt dürft ihr mir auch gerne folgen ähm sobald ihr Lust habt ne würde ich mich darüber freuen aber müsst ihr natürlich nicht so er sagte gerade wir sollen los oder guck mal nochmal guck mal nochmal über den finden so da könnt ihr liken abonnieren und auf die Glocke drücken ähm ich glaube ich bin los denn oder hier ist die find raus perfekt da freue ich mich über gut aus dem blut ok jetzt das war der Prolog sozusagen höher das Motorboot und bemerkbar mit Mrs. Everhardt's Equipment Raw Fury wir werden zurück um dich in drei Tagen zu holen ich hoffe wirklich dass du deinen Mann dort findest ich hoffe ich hoffe ich werde dich in drei Tagen dann das kann auch ein bisschen Whisky werden oder bitte vorsichtig auf dieser Eiland du weißt was die Legenden sagen über dich ne ich werde dich vorsichtig danke Kapitän Hudson ok Kapitel 1 74 Meilen östlich von Utterheite well here I am hast du über die dölisch ausgedacht nach dem Ozean nachher über die ganze Welt nur miles entfernt von woher mein husband sollte sein du hast ein Jahr vor zu suchen für eine Kürzung von meiner Affliction deine Letters haben mich nahe zu dir aber plötzlich haben sie zu kommen was ist passiert oh pal was hast du gefunden und was auch es war es war es hat dich eine Kürze von San Francisco nach Tahiti und von dort zu diesem Ort eine Eiland in der Mitte des Pacifika die die Lokale nicht nennen alles ist familiar so familiar so wie möglich wie das sein kann ist das die Eiland die ich übergebracht habe ich habe mir vorstellen es ist ein Schlüssel in der Mitte da oh auf der See zwei Löwen die längst fliegen synchron okay so ich guck da hoch schön und mich mal runterkommt na gut ja sehr Comiclastig so nah aber ich nicht das ein bisschen schon schön na da begrüßen uns schon spitzenmäßige fehle ich glaube die lieben uns ja super mal gucken so so ist ja quatsch wir kommen da rein was ist denn mal quatschi da sind wir ok ok das ist mein boot du musst ja in die festmachen bestimmt koppel habe ich dabei ah ich kann auspacken ok ok ich lasse meine Dinge auf dem Boot bis ich irgendwo zu campen ok ok die Muschel die Muschel kann man die Muschel liren ich weiß es ist nur Resonanz aber ich liebe sie zu hören die Muschel ok gut guck mal was ein Lagerblatt finden woher ist auch schon ein Lager ok ok sie geht sehr gemach gemach erinnert ein Tent so jemand war auf dieser Isle recently ein Miniatur Wa'a ein Polynesianer Kanu schön auch gebraucht das ist ein Fevo ein Flut das die Polynesianer mit ihren Nomen spielen ich werde das spielen ich werde das spielen ich fühle mich gut ich darf sagen ich könnte sogar etwas schneller gehen als sonst wie es im Übrigen wie es im Übrigen wie es im Übrigen besser laufen hoch mal hoch mhm kann man nichts anklicken oder so es ist sicherlich sobald es ist sicherlich jemand will den Ausländer von dieser Isle aus hier sind so ein paar Figürchen aus dem ich hab gelesen die Polynesianer nicht die Tür also warum so groß äh das hat etwas so machen wir hier drüben auch ne das geht nicht guck mal hier ist eine Platte drauf die fehlt ja hier drüben wo man sieht hm etwas ist hier ok vielleicht fehlt mir die Platte irgendwo mal gucken hier kommt auch noch rein hier ist auch noch was diese Box CW das sind die Initialen auf dem Brass-Key cool passt das er öffnet es also wer mir diese Schlage hat hier war warte mal das zeigt ja an das ist das ist unter irgendeiner Bodenplatte also da ist ein Stein mit Blumen und dann ist da so das sieht wie ein Schlage wie ein Schlage wie ein Schlage wie ein Schlage dann setzen wir da rein damit wir da reinkommen da rein, da rein mein Gott fühlt sich richtig dämlich an so wir hinein damit hier und jetzt ok 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 wie war ah hier das ist das ist Harry 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 da ist Harry du warst hier du warst hier und ich habe dich gefunden woher bist du jetzt woher ist woher ist jeder woher sind woher sind woher sind woher sind woher sind Frau Shannon das Name fühlt sich besser mein Journal ok ok gucken wir mal unsere Tage hoch rein Harry war auf die Sinne haben sie irgendwo ihr Lager aufgeschlagen wir müssen mal gucken also irgendwas von Shen hat sie gesagt das haben wir geschrieben das haben wir gelesen vor allem hatte ich Harrys letzten Brief der Poststempel ok nichts letzte Nacht hatte ich ok ich werde nicht im Träumen geweckt ich habe nichts von Harry gehört schon seit drei Monaten nichts mehr diese verfluchte Krankheit mein Mann ist verschollen und ich kann mir nur wenige Minuten lang bewegen ohne völlig erschöpft zusammenzubrechen ein rätselhafter Satz der auf ein Foto meines Mannes geschrieben steht altes Steinrelikt ein Messingschlüssel mit dem Buchstaben CW alle Dinge befanden sich in einem Paket das ich kein Absender ähm Name für Tahiti ist derselbe Ort ok auch wenn ich äh ne da ist nix Harrys Spuren im Madison Building äh dann können wir wieder Tahiti nebenbei bemerke ich fühle ich mich besser aber ich weiß nicht ob es an der frischen Luft oder an der Meeresbrise liegt äh ok vielleicht liegt es an der an der Insel einfach nur da Hodgson sagte aber dass er Monate her ist seit er die Lady Shen ohne die Besatzung zuletzt gesehen hatte ähm wie jeder würde sehen was der Kapitän anwurscht glaube ich denken sie ok Lady Shen hat es da ok das ist eine von diesen Besatzungswildern von der anderen Seite ist noch was drin gut dann gucken wir doch mal wo wir hinkommen ähm hm du bist du mir raus ich bin fest nirgends ja mhm hier wir wissen was wir drücken sollen das erinnert das schlafen nach man kann hier die einsteigen ok ok das bringt auch noch nichts das haben wir noch nicht raus die gute das finden wir vielleicht noch hier gibt es noch nichts zu sehen aber hier kommen wir noch ah es sind seit so langer Weg das frische Luft macht mir Wunders ne wie ist hier wie ist hier wie ist hier ich fühle die Luft ist denser hier in diesem Mangrove Swamp ö äh ein Krokodil oder sowas und ich gucke mal rüber das Wasser kann ich nicht man muss auch noch testen ne kein sei dass man doch ins Wasser kann aber das kann man hier nicht über die Brücke klingeln hier ist noch so ein Rätsel ok das malt sie hoffentlich auch in ihrem Buch ne oder ja ok gut das ist ja gut zu wissen müssen wir das nicht machen also hier haben wir ein neues ein Symbol ja das kann man nicht machen ok irgendwas hat das wahrscheinlich zu bedeuten jetzt finden wir auch noch raus aber hier geht's nicht weiter hier geht's 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 weiter hier ist auch wie eine Brücke ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-h hier sind wirklich viele viele wege das ist doch alles so symbol dinge oder genau sehen hier auch gibt es auch also die haben oben auf dem kopf haben wir fünf dinge ich behaupte mal das ist ein symbol sein könnten mit fünf fingern aber jetzt kein foto von machen ich kann natürlich ein foto machen hier mit meiner share taste das macht ja gut aber ich habe das ist richtig also kommen wir hier gucken wie die wellen mit fünf strichen dann muss man gucken was die anderen haben wohl den dreieinhalb drei habe ich noch nicht rausgefunden worum das da geht aber dann sind nicht drucken okay das kann natürlich nicht um zu dumm zum dicken darunter kann ich auch nicht das ist ja schon ganz schön viel zu beginnen oder was ich wundere ist dass im hintergrund trotzdem die sachen aufbauen obwohl das spiel ja wirklich mein gott das läuft auf der auf einer der schnellsten geräte die es gibt aufgeschrieben okay warte mal wird das aufgeschrieben dann müssen wir auf die anderen gucken dann hat sie habe ich da vielleicht nicht richtig geguckt vielleicht kann die auch noch richtig angucken dann schreibt sie sich die auch auf weil wenn ich jetzt gucke jetzt habe ich ja das symbol auch noch mal schauen warte mal ein zwei übersehen die wir hätten besser anklicken können das symbol auch mal schauen der russer ist doch was der russer kitts aus der stadt herr anders immer auch der symbol in my journal Das ist auch ein bisschen merkwürdig, das sind so viele und trotzdem pickt sie sich nur ein, zwei besondere raus, das ist doch ein bisschen seltsam, aber dann wissen wir auf die anderen nicht so wichtig sind. Dann müssen wir noch ein paar andere Symbole finden, weil die Symbole sehen ja so verdächtig ähnlich aus wie die, die diesen Mechanismus waren. Weiß ich nicht, ob das passt oder nicht, aber wir machen es mal. Wir gehen jetzt mal hier längs und versuchen an den Weg zu durchschreiten. Da sind wir gerade eben rübergekommen. Das Symbol haben wir schon aufgemalt. Ist auch gut, ist auch gut fit wie der, ne? Hier kann man nichts sehen. Hier weiter gehen? Ja, komm, hier geht's weiter. Oh ja, hier geht's um. Ah ja, kommen wir zu dem Mechanismus gleich. Okay, gefunden haben wir jetzt aber nur drei. Wir müssen noch ein paar mehr finden, aber das sind glaube ich die gleichen Gebäude, die hier drauf sind. Wellenspitzen. Bauen wir mal, ob das so ist. Das müssen wir auch hier drehen mal ein. Ja, guck mal, die Federn. Ja, es passt doch ganz gut. Aber dafür müssen wir erstmal die richtige Reihenfolge finden. Die Reihenfolge ist glaube ich mit den Zacken zu tun. Das sind natürlich die anderen nochmal für die anderen Symbole. Symbole. Sonst können wir gar nichts machen. Wenn die nur alle da dran sind, das kann natürlich sein. Aber wir gehen trotzdem mal hier längs. Denn wir haben hier ja noch nicht alles entdeckt, ne? Guck mal hier oben. Diese wooden Figuren sind Unu. Das scheint eine Geschichte zu erzählen. Okay, was für eine Geschichte erzählt er? Du kannst ja das in mein Tagebuch reinschreiben. Macht sie nicht. Na gut. Sie geht auch nur diese blöden Trampelfahrt runter. Hier war nichts. Hier haben wir hier zurück. Okay, noch so eine Geschichte. Hier sind kleine Menschen da. Ach, kleine Menschen, die hier wohin gehen. Ich weiß es nicht. So. Den Weg haben wir auch noch nicht durchschritten. Machen wir jetzt auch nochmal. Tatsächlich, ich laufe, wenn ich so laufe mache, ne? Das ist Laufen, wie ihr es einmal seht. Ähm. Guck mal mal hier rein. Da. Ah, guck mal, nochmal hier. So, jetzt fehlt uns noch ein Symbol fehlt uns noch. Beziehungsweise vielleicht auch gar nicht. Weil man kann sich... Das letzte Symbol können wir uns ja erraten, ne? Ähm. Theoretisch. Gut, also mehr... Da ging es nicht weiter. Also können wir eigentlich nur in die eine Richtung gehen? Mehr können wir nicht machen. Gut, lass uns mal die Symbole da einfragen. Jetzt müssen wir reinpacken. Gucken, was passiert. Gut. Für die Brücke runterbekommen. Mehr... Symbole haben wir jetzt noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg ist. Gucken wir gleich nochmal. Ich glaub nicht. Da haben wir die Platte geholt. So. Dichter Urwald hier da. Aber natürlich nicht Open World hier, ne? Ist auch ganz gut, dass nicht Open World ist. Ähm. So ist ein Schreck hier dran. Pass auf. Wir machen es so. Gucken wir mal kurz rein. Also, ähm. Was ist die richtige Reihenfolge? Wird die Zacken gar nicht mehr drauf gemalt. Fällt mir grad auf. Aber dann würde man vielleicht von links nach rechts gehen. Also der erste wäre dann... Sonne, Fisch... Auch in die Reihenfolge, ne? Was ist das für link? Okay. Machen wir erstmal... Machen wir oben. Hup. Oben war... das Ding. Äh, ich bin im Gedächtnis für ein Sieb. Dann kommt die Spitze da von den Fischen und dann kommen die Wellen. Okay. Dann kommt der Fisch. Gut, jetzt muss ich mal gucken, was der letzte... der Vogel... das muss man auch gucken, was der letzte sein kann. Das ist vielleicht? Das ist auch glaub ich die falsche Reihenfolge noch. Das ist ungefähr. Mehr kann man nicht machen. Also ich hab die Reihenfolge ist noch nicht richtig. Mhh. Ich glaub fast, dass wir die Reihenfolge selbst hätten uns merken müssen. Und zwar anhand der Spitzen oder was da war, ne? Glaub ich. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Aber... das kann ich mir gut vorstellen. Es ist natürlich dumm sich das nicht zu merken. Auch ein bisschen behindert, dass sie sich das nicht aufschreibt. Ja, guck mal hier. Das wäre ja sozusagen... der vierte. Also... wäre das... So. Ah, okay, jetzt haben wir ja alle. Dann kann das auch vielleicht die Reihenfolge sein. Sie malt sich ja wirklich so in dieser Reihenfolge auf. Gut. Dann probieren wir das mal aus. Mhh. Hab ich gerade eben nicht gesehen, dass man da oben aufkommen konnte. Aber das macht ja nichts. Probieren. Geht überstehen. Und... Ähm. Jetzt probieren wir das nochmal. Ah, ich bin hier verkehrt. Deutschkrieg abgewogen. Alter, das gibt's auch gar nicht. Ich bin schon orientierungslos hier. Also hier brauche ich noch eine Karte. Die Karte wäre doch super. Was hier längst? Ich glaube ja, ne? Yes. Gut. Okay. Probieren wir das mal. Das wird's glaube ich sein. Wenn ich so ziemlich tausendprozentig sicher passt. Also... Eigentlich ja nur... Oben das... Oben das Ding-Symbol und die anderen sind so okay. Versuchen wir mal einfach mal auf. Jetzt müssen wir das mit den anderen Symbole umhören. Und zwar hier kommt der hin. Hier kommt der hin. Hier kommt der hin. Hier hin. Und unten die Fische. Genau. Und oben... Das sind schon die richtigen Symbole. Aber die Reihenfolge ist, glaube ich, verkehrt. Da braucht man, glaube ich, wirklich diese Spitzen da oben für. Wenn man sich das durchzählt, ne? Das ist drei. Das ist vier. Das ist Mitte. Ärgerlich. Hätte man vor sich notieren müssen. Das hätte sie aber auch mit aufmalen können, oder? Bin ich denn nicht? Entschuldigung. Weil der hier, das Symbol, den Spitzen, ist, glaube ich, Nummer drei, sozusagen. Das müsste man jetzt einfach mal aufmalen. Ich schreibe das noch kurz auf hier. Nummer drei. Mal weiter. Ich habe da noch einen gefunden. Wer liegt hier im Wasser? Guck mal den. Wir brauchen sich nicht alle angucken. Aber die meisten. So. Und das ist Nummer fünf, sozusagen. Und danach geht, ne? Den anderen auch noch finden hier. Noch einer. Theoretisch brauchen wir eigentlich nur die drei. Weil die anderen können wir voraustauschen. So. Und das ist die eins. So. Ich könnte natürlich einer jetzt auch noch aufsuchen. Ist ja aber Quatsch. Denn die beiden müssten wir ja nur vertauschen. Das heißt, wenn der es nicht passiert, kann es nur die andere Richtung sein. Wenn es das jetzt nicht ist, die Lösung, dann weiß ich leider auch nicht. Und ich hoffe, ich bin schon riesig. Aber was sollte es eigentlich sein? So. Und das ist auch eine ziemlich lange erste Folge. Das gebe ich zu. Ich wollte die Folge nicht immer so auf 20 Minuten kürzen. Damit man ein bisschen länger was man im Spiel hat. Weil ich weiß ja nicht, wie lange es geht hier. Ja. Wenn man gerade drin ist, ist man gerade drin, ne? Ja. So. Achso. Gucken wir mal auf. Gucken wir mal auf. Gucken wir mal auf. Und jetzt gucken wir mal noch kurz an. Gucken wir mal hier. Gucken wir mal hier. Also. So. Wir haben. Wir haben als erstes haben wir diese Spitzen. Okay. So. Und dann haben wir als zweites oder als drittes haben wir diese anderen Spitzen. Und zwar die. Und dann hatten wir als fünftes dieses Vogel Ding. So. Jetzt dürfen ja hier nur die und die sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das ging es doch. Äh das ging es doch. Das ist mein Ticket über den Meer dann. Ja. Gucken wir mal. Ja. Super. Okay. Gut. Ich würde sagen ab hier machen wir Schluss. Wenn es euch gefällt. Und wenn ihr auch Lust habt das weiter zu schauen. Würde ich mich freuen. Ähm. Klickt mal bitte ein Like. Abonniert. Lasst einen Kommentar da. Gluckt auf die Glocke bimmelt. Alles mir egal. Hauptsache. Ähm. Ihr folgt mir ein bisschen. Weil ich würde das hier ganz gern wieder richtig länger und aktueller machen. Beziehungsweise wieder richtig durchstarten. Was wegen dem ganzen Corona so. Musste ich mich um viele andere Sachen kümmern. Und war nur halbherzig dabei. Auf Uri habe ich immer noch nicht zu Ende gespielt. Und das nervt mich schon so ein bisschen. Aber. Ich verspreche euch. Ich versuche das jetzt regelmäßig zu machen. Es bleibt nicht traurig wenn ich jeden Tag in der Folge komme. Aber ich versuche natürlich alle 2-3 Tage in der Folge hochzuladen. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.